Für den VBV bin ich seit acht Jahren im Einsatz als Dozent für das Fach Vertrieb und Support. Gleichzeitig bin ich auch Prüfungsexperte für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Ich versuche, es möglichst oben abzuholen. Ich denke, es gelingt mir auch gut mit einer ruhigen Art. Vielleicht auch ein Witz machen und schauen, dass sie sich beruhigen und auf die Türen schnaufen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Nachwuchs bürgen. Wir haben das Milizsystem und wenn wir keine Leute finden, dann sollten wir den Nachwuchs ausbilden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir gute, qualifizierte Leute an der Front haben. Oder auch in der Backoffice, die auch berufliche Zukunft haben. Zum einen bin ich Dozent bei der WKS. Das heisst du das Fach ... Wie heisst du schon?